Bereits vor der Corona-Pause war Gesundheit zum Frühstück ein sehr beliebtes Format von ATV Eichfeld. Bürgerinnen und Bürger aus der gesamten Region besuchten das Erfolgsformat von ATV Eichfeld, um sich über aktuelle Gesundheitsthemen zu informieren. Und jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, die gute Nachricht. Gesundheit zum Frühstück ist zurück aus der Corona-Pause und macht jetzt auch wieder in unserer Region regelmäßig Halt. Gemeinsam mit den Gemeinden der Region ist es ATV Eichfeld gelungen, spannende Vorträge und Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Den Anfang macht Gesundheit zum Frühstück in Zelt weg und selbstverständlich gibt es dabei auch regelmäßig Infos zur Covid-Schutzimpfung. Die Erfolgsveranstaltungsreihe Gesundheit zum Frühstück startet in eine neue Saison. Die erste Infoveranstaltung findet am 24. September im Sportzentrum Zeltweg statt. Neben aktuellen Themen wie Corona und Corona-Schutzimpfung wird auch Primarius Dr. Michael Jagotic zum Thema Schilddrüsenerkrankung referieren. Die Stadtgemeinde Zeltweg freut sich auf ihr Kommen. Keepस Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Noch ein år. Bis zum nächsten Mal.